Wir haben jetzt gleich Deutsch, oder? Ja, ich hasse die Klausur. Wir bereiten uns bestimmt auf die Klausur vor. Darauf habe ich gar keine Lust. Ja, aber die Klausur nicht. Denk nächsten Montag alle an die Klausur und dass ihr alle wirklich lernt, weil ich will keine schlechten Noten sehen. Wir wollen, dass ihr alle durchkommt. Und, was hast du so am Wochenende gemacht? Ich war zu Hause und habe für diese dämliche Deutschklausur gelernt. Oh nee, ich habe richtig Angst, wenn ich die verhaue. Ja, ich kann auch zu dir kommen und sein mir dafür zusammen. Aber nicht am Wochenende. Da habe ich nicht so viel Zeit, weil ich bei mir feiern wollte. Wieso Party? War es eine Party? Ja, Big Party. Ich habe Sturmpreis. Es lohnt sich richtig. Willst du auch kommen? Ja klar, aber ich muss mal gucken, weil meine Mama hat Geburtstag, ob ich das alles hinkriege. Aber ich denke, ich darf das schaffen. Ja, natürlich kriegen wir das hin. Okay, cool. Und wie war es? Ja, viel war es. Ja. Und wo war es? Wir werden surue. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das denn? Oh mein Gott, boah, das ist mir voll peinlich, das ist mit meinem Freund, wenn sie noch bräunen, sonst ist sie voll krank, mein Gott, ja und das ist jetzt die Rache, scheiße, was mache ich denn jetzt? Oh, die Party gestern, richtig Absturz. Ja, voll. Oh Gott, vor allem Sarah so krankig. Ja, guck mal, da kommt sie. Oh Gott, ey, so hoch. Guck mal, da kommt sie. Oh, ein bisschen zu viel gesoffen, ne? Na, tschau, jetzt hat sie schon die ganze Schule auf mich gehetzt. Wir hätten jetzt noch zu mir. Ich halte das nicht mehr aus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020